Hallo und herzlich willkommen zu diesem Replay heute von San Andreas mit dem M53 M55 und ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich vorhabe die Arties öfters zu zeigen und ich habe mir jetzt irgendwie so vorgenommen, dass ich vielleicht, wenn ich es schaffe, ist der Plan, ein Artie Replay pro Woche zu zeigen. Ich kann es euch noch nicht versprechen, dass es auch definitiv immer funktioniert, aber so ein bisschen im Stil von Replay of the Week gibt es ein Artie Replay und ich hoffe mal, das funktioniert. Auf jeden Fall ist da schon mal der erste Gegner Verunfallt, das ist doch schon mal schön. Und jetzt schauen wir mal, was hier so funktioniert. Da vorne auf dem Hang ist schon mal die erste Badjet offen. Schuss ist raus. Und die erste Badjet ist weg. Ach, fuck it, krass. Ja, Badjet wird richtig sauer sein, auch noch von Omni. Und er schreibt auch, Entschuldige, Bro, war einfach pures Glück, weil wir haben es gesehen. Also, dass er den so trifft, war nicht zu erwarten. Und jetzt den Tiger P. Schuss ist auch raus. Ja, schöne 875er Schelle, die er da mal geben konnte. Der Type 4 schwer ist natürlich ein wunderbares Ziel, aber auf den wird er nicht drauf kommen. Leider, leider. Oder wird das doch schaffen? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Er hat auf jeden Fall noch etwas, bis das Ding nachgeladen hat. Das ist auf jeden Fall der Nachteil an der Artie, dass die wirklich lange braucht. Oh ja, der Ruder wird ein schönes Ziel, sofern er sich nicht bewegt. Schuss ist jetzt in Ruhe und raus. Und man hat schon schön Summen hören, wie so eine Hummel klingt es. Und weg ist der Ruhe. Na, da jetzt der Löwe, der Tiger, alles ganz schön deutsch. Ja, was ist da mit dem Löwen? Auf den würde er jetzt gern kommen. Schuss raus. Ah, fieser Hit auch, 1211. Da hat er noch Glück gehabt, dass er nicht zerstört worden ist direkt, der Löwe. Also bisher muss man wirklich sagen, läuft es fantastisch für ihn. 4363 Schaden. Da hinten ploppen jetzt einige Arties auf. VK 72 01 gegen Type 4 oder Typ 4. Ah, da blinkt es weg und kein Damage. Schade, schade. Jetzt verlegt er da ein bisschen. Und man sieht auch mit dem Ding, da ist man eigentlich ganz schön zügig unterwegs zum verlegen. So, jetzt hat er wieder nachgeladen. Und jetzt hat er dann hoffentlich bald seine Stelle eingenommen, weil jetzt sollte er dann wieder ein bisschen mitmachen. Aber er musste auch da oben weg, weil man sieht, da hat er keinerlei Backup mehr. Wenn er da zu lange gestanden wäre, da wäre er definitiv zerstört worden. So, da ist der E4, der da aufploppt. Nicht zu schnell rüberziehen, dass man nicht wieder ganz einämmeln muss. Jetzt ist da jemand in seinem Cap. Jetzt lässt er den E4 da mal ein bisschen Gewehr, ein bisschen fahren. Schuss ist raus. Wow. Und auch da ein Bombenhit. Ja, da muss man mal sagen, da läuft es einfach. Und jetzt braucht er da jemand, der da den Cap aufmacht. Zumindest mal der T49 ist schon zu sehen. Sonst keiner, leider. Aber den T49, den dürfte er wirklich jetzt schön rausnehmen. Schuss ist raus. Und da war er zu lang drin gestanden. Da konnte er ihn super angenehm rausnehmen. Leider der Conqueror, der sein Typ 62 hier rausgenommen hat, der hat den Cap gespottet. Nachladezeit sind noch gute 10 Sekunden in etwa. Wir sehen, einen Schuss kann er noch rausholen, aber der VK hat da gedecapt. Und jetzt, wenn der Schuss geladen ist, kann er da hier... Ah... Ja, da ist ja Gott sei Dank der M103 nochmal ein Stück nach vorne gefahren und hat sich damit den Splash geholt. Conqueror auf Reim fällt. Da kann er eigentlich den weglassen. Genau, der ist eh zerstört und jetzt wird auf den Conqueror gezielt. Der hat geschossen, zieht sich jetzt wieder zurück. Arty und Rheinmetall sind noch unten rechts. Der Blindshot aber, der war dann sehr optimistisch. Der ist dann leider nicht im Ziel angekommen. Wenn der auch noch gesetzt hätte, dann hätte ich ja einen Besen gefressen. So, er ist hier hinten bei den zuletzt gespotteten. Der VK dürfte die jetzt eigentlich demnächst aufmachen. Da ist der Conqueror wieder zu sehen. Jetzt heißt es ein-Aimen. Jetzt fährt er erst rückwärts, um vorwärts runter zu fahren, aber er steht noch seitlich. Und jetzt fährt er vor. Schuss ist raus, der könnte gut kommen. Ei, da lässt er ihm noch 35 Struktur stehen. Conqueror ist raus, Arty ist raus. Und jetzt gibt es nur noch den Rheinmetall. Die Frage ist, wie viele Hitpoints der noch hat. Da ist er auf jeden Fall. Da oben ist er. Den dürfte der Wega mehr noch wegmachen. Hat auch so gut wie nachgeladen. Und jetzt ist da die Granate drin. Schuss ist raus. Und er kann sich den fünften Kill sichern. Macht 8693 Schaden. Und von elf Schüssen kamen acht ins Ziel. Sehr schön gemacht. Schöne Runde. Ja, Arty zum Zuschauen. Macht definitiv mehr Spaß, als gegen Arty zu spielen. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alkaramba.